Das Motto am Samstag lautet, boykick aber warm. Um sich vom Grau in Grau abzulenken, lohnt sich ein Spaziergang zur Eisdiele allemal. Die Sonnenbrille darf zu Hause bleiben. Der Samstagmorgen begrüßt uns mit einer dichten Wolkendecke und frischen 8 Grad. Gegen Nachmittag bleibt es weiterhin wolkig. Dafür bewegt sich das Thermometer bis zum Abend aber zwischen angenehmen 14 bis 19 Grad. In der Nacht muss mit Regen gerechnet werden. Am Sonntag bleiben die Temperaturen trotz Niederschlag im zweistelligen Bereich. Gegen Abend kommt es bei Werten um die 15 Grad zu Blitz und Donner. Gewitter und Regen ziehen sich bis Montag, doch die Temperaturen bleiben bei einem Höchstwert von 15 Grad weiterhin angenehm. Am Dienstag bleibt es tagsüber trocken und das Quecksilber bewegt sich zwischen 12 und 16 Grad. In der Nacht beginnt es jedoch zu regnen.